Wenn die Kundenautorisierung abgeschlossen ist, nimmt der Serviceberater eine abschließende Überprüfung des Auftrags vor und richtet Nachverfolgungstermine für die abgelehnte Arbeit ein. Dies ist ein wichtiger Schritt, um zusätzliche Umsätze zu erfassen. Sie sehen sofort, dass der Auftrag ein grünes Häkchen trägt und damit anzeigt, dass die zusätzliche Arbeit autorisiert worden ist. Öffnen wir diesen Auftrag und werfen einen Blick darauf. Die autorisierte Arbeit wird hier eindeutig angezeigt und die gesamte nicht autorisierte Arbeit wird wie hier, durchgestrichen angezeigt. Wir können sehen, dass der Kunde uns zum Rückruf gebeten hat. Nachdem Sie sich mit dem Kunden in Verbindung gesetzt haben, wählen Sie einen Grund für die abgelehnte Arbeit aus und richten Sie einen Termin zur Nachverfolgung ein. Diese Information wird im System abgelegt und wird zur Nachverfolgung mit dem Kunden genutzt. Beim Überprüfen der Zeilen, die Teile enthalten, können Sie sich ganz einfach über die Teileverfügbarkeit informieren, und Bemerkungen zum Teil sowie das Datum der erwarteten Ankunft in Ihrem Händlerbetrieb hinzufügen. Beachten Sie hier die Aufschlüsselung der Kosten für vorgebuchte und ermittelte Arbeit und den nun aktualisierten Betrag für die autorisierte Arbeit. Klicken Sie einfach hier, und wählen Sie den nächsten Schritt für diesen Auftrag aus. In diesem Fall wählen wir Werkstatt aus. Klicken Sie auf Aufträge heute und Sie sehen, dass der Auftrag in die Werkstatt verschoben wurde. Da wir auf Teile für diesen Auftrag warten, klicken Sie hier auf das Symbol erwartet Teile. Dadurch wird der Auftrag in die Spalte Teile kopiert, und zeigt an, dass die Mitarbeiter im Teilelager die Teile für die autorisierte Arbeit bereitstellen können. Techniker haben ebenfalls vollständigen Überblick über die autorisierte Arbeit und können mit ihrer Arbeit fortfahren. Das Einrichten der Nachverfolgung für verschobene Arbeit steigert den potenziellen Umsatz. Sie verpassen also niemals eine Verkaufsmöglichkeit.